Franz Lissi Franz Lissi Franz Lissi Franz Lissi Franz Lissi Ich habe nach den Aufnahmen irgendwann hier so ein Ziehen und dachte mir, was habe ich denn jetzt, ich habe doch das Rauchen aufgehört, bis ich festgestellt habe, dass durch diese ständige Franz zieht sich diese Muskulatur hier nach oben und dieses Franz gibt es ja in jeder erdenklichen Art, Franz 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 Lissi Franz Lissi, ja? Und wenn du das drei Tage lang machst, ähm, läufst du natürlich Gefahr, dass dir die Stimme auch bleibt Servus, Feldmarschall Die Kaiser, die Mutter Meine, seine, deine, nein, Ihre Majestät Ich habe sie gar nicht kommen hören Tumt schon noch Sie gefallen mir, wenn sie sich erschrecken Danke, ich bin gerührt Fische Banknoten? Ja, zum Einheizen Diese Heizkosten bringen mich noch um Also ich hätte unheimlichen Spaß gehabt, den Feldmarschall in Real zu spielen, wobei mir die Animation gut gefällt, weil der Feldmarschall keine Dinge, die könnte ich schon nicht wegen meinen Rückenproblemen oder gesundheitlich Er ist ja sehr, wie soll ich sagen, beweglich, unheimlich schnell mit den Händen, er ist ja ein wahrer Ronaldinho des Hofstaates Im Samstag wade ich hier nur für dich Für mich zählt jede Sekunde Und ich weiß, du zählst genauso sehr auf mich Hilfe! 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 Sovorte, Mannheit! Und bringen sie mich hin, lassen sie mich runter Sie verlaufen uns Prunster Sie rohlen unter den Achsen, ich krieg keine Luft Sie stinken Überall sind faul am Gesicht auf Jetzt hör mal zu, kleines Fräulein Ich hab seit Tagen nicht geschlafen Hab mir weh in dir die Hacken abgelaufen Und mich permanent mit Idioten am Zoll rumgeschlagen Mir brennen die Füße, mir brummt der Magen Und ich hab echt miese Laune, klar? Der Yeti spielt eine tragende Rolle Allein schon deshalb, weil er die Lissi sehr oft auf dem Arm hat Und letztendlich Die ganze Geschichte auch ins Rollen bringt Yeti ist derjenige, der das harmonische Leben auf Schloss Schöngrün erst mal zerstört Hilfe! Hilfe! Dafür ist es jetzt zu spät Wer ist da? Ich bin's, der Teufel! Oh Gott sei Dank! Ich bin gekommen, um dich zu holen Ja, mach mal schneller, wo bist du? Ich bin überall Überall! Überall! Du bist gemeint, niederträchtig und unausstelllich Respekt! Nur die allerschlimmsten Yetis bekommen einen Platz in der Hölle Willkommen im Club! Der Teufel ist in dem Fall wirklich relativ klischee-mäßig das Böse, das Bedrohliche Aber dadurch, dass er hessisch spricht, ist es vielleicht nicht ganz so bedrohlich Liebe Mama, Sie haben Recht Womöglich ist der Johannes gar kein Nasenbär Davon rede ich Meine Lissi betrügt mich Ehrlich gesagt, bin ich nicht sonderlich überrascht, dass sie mit so einem Kerl da durchbrennt Ja, aber... Aber warum? Naja, für so etwas kann es viele Gründe geben, Franz Schau zum Beispiel, dein Händedruck Immer so fad, so lasch und auch ein bisschen feucht So wie ein Schwammerl Wahrscheinlich ist dein Beischlauf genauso Mutter, bitte! Ich kenne meine Schwächen Aber dass sie mir so weh tut Ich würde mal sagen, Franzl ist im hegelschen Sinne ein Suchender, ein Ewigsuchender Der, ähm, zwar glaubt, dass er die ideale Besetzung in seiner Ehe gefunden hat mit Lissi Aber man sieht ja, wie schnell der Umfeld, also als sie dann weg ist Und als ihm dann falsche Briefe geliefert werden, denkt er, dass sie, ähm, durchgebrannt ist Ah-ha! Es ist so schön... Schubi-Dubat, 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 da kann man viele Tiere sehen Schubi-Dubat, 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 die Großen und die Kleinen, die fangen an zu weinen, wenn sie Franzls Plinte sind Ich persönlich hab mich für Monarchie nie besonders interessiert Mir haben die Filme gefallen Ich hab den, äh, damaligen Schauspieler, den Herrn Meinrad, sehr bewundert Also ich fand den großartig und ich hab, äh, es war wirklich meine Lieblingsfigur Wir haben eigentlich schon alles gespielt, was man spielen kann Und die Teufel haben noch gefehlt Freuen Sie sich auf große Gefühle Es ist nicht das, worauf es aussieht! Freuen Sie sich auf ein großes Abenteuer Oh mein Gott, ich bin in der Hölle! Ich hoffe, dass die Leute ins Kino gehen aus demselben Grund wie ich Ich möchte letztendlich Spaß haben Ich möchte 85 Minuten unterhalten werden Und ich glaube, das ist hier ganz gut gelungen Und ich hoffe, dass es den Leuten der Film genauso gefällt wie mir Gute Musik, sehr bunt, schnell Schnell rein, schnell wieder raus Macht Spaß! Freuen Sie sich auf Lissy und der wilde Kaiser Ein erschreckend ehrlicher Film über das süße Leben der Monarchie Du machst mich immer so glücklich, Franz Das ist die größte Freude für mich Ab 25. Oktober in ihrem Lichtspielhaus Die Stadt der ganzen Welt Bio ein liebiges Erste Kino Die Stadt der ganzen Welt Die Stadt der ganzen Welt hat mich immer so glücklich, ja